hey leute herzlich willkommen zu einem weiteren video ich hoffe euch geht es gut und er hat eine tolle trading woche wir sind hier gerade im es ihr seht wir sind gerade hier rein in der kerze bisschen spät aber ich bin gerade das wieder am pc gekommen dachte mir das ist eine super gute situation um euch mal einen trade zu erklären wo es um erwartungshaltung stop management geht und wie man sich in einem trade verhält wir haben gerade 14 47 wir sind gerade aktuell im er ist unterwegs das video wird gleich rauskommen dann könnt ihr euch das angucken was gibt es hierzu zu sagen was ist an diesem trade so standard ich bin jetzt nicht gut reingekommen ich hätte 23 tics weiter unten reinkommen müssen aber mit aufnahme software starten und alle war leider vom timing her nicht mehr gut aber ich möchte euch den trade trotzdem zeigen ich habe trotzdem gemacht und wieder zu ein paar sachen erklären was das für ein trade erst mal mehr wir sehen wir sind im es unterwegs wird eine kleine aufwärtsphase seitwärtsphase ich mache mal andere farbe das erst besser seht seitwärts also aufwärts seitwärts bewegen haben starken impuls nach oben gehabt schön zurück korrigiert sind ganz klassisch pullback aufgesetzt sind abgeprallt und sind wieder rein was ist hierbei wichtig für den entry was ist wichtig für den stopp was ist ein realistisches ziel erst mal ist wir sehen in dem bereich hier unten auf dem breakout level wir haben sehr viel volumen was sich gebildet hat wir haben in einer abwärtsbewegung angefangen den ask zu hitten ihr seht hier haben wir low ask high bid high bid high ask das heißt wir fangen an das ask zu hitten wenn wir auf eine seitwärtsphase auflaufen bedeutet tendenziell natürlich dass gewinne mitgenommen werden aber bedeutet auch tendenziell dass das natürlich ein einstieg ist wo mehr ask trader bereit sind sich aggressiv einzukaufen aggressive orders bedeutet immer markt wird versucht hoch zu pushen solange wenig absorbiert wird was fällt als nächstes auf bitt hat aufgegeben schaut euch an was hier auf dem bid ab gehandelt wurde die bid seite gibt auf was passiert markt geht hoch wir haben mehr als als bid keine absorption also bewegt sich der markt wir haben mehrere im balenzen markt ist sehr dynamisch hier oben sehen wir jetzt gerade dass der markt ein bisschen verhungert es kommt nicht mehr ganz so viel liquidität gerade nach aber auch an den tiefs wird der markt ganz gut gehalten stichwort front pushing habe ich jetzt schon sehr oft in meinen videos erklärt bzw auf patreon sehr oft erklärt jetzt ziehen wir den stopp aggressiv nach in einem high volume bereich rein hier mit den low volume bereich also ganz klassische stopp setzung ziele was ist ein realistisches ziel wir sehen der markt ist hier oben einfach random gedreht natürlich kann ein bereich sein warum wir gedreht sind dass er jetzt mal dahingestellt aber wir sind in diesem bereich random gedreht wir sehen hier ihr kamen massiv käufer ein markt hat gedreht das heißt das ist ein bereich der risk hier ist wenn ich zu mal ein bisschen weiter raus wir sehen das ist auch das aktuelle tageshof das heißt er hat einfach in diesem bereich gedreht wenn wir sehen wir waren vorher ungefähr unser tages so hier dann haben wir es hier haben abgeprallt leicht rausgenommen sind jetzt wieder hoch und näher in diesen bereich ran naja das heißt was hier vor wir können jetzt mal für alle fürs volumen profile verdienen es interessiert können mal gucken in dem bereich wo war unser entry bei fünf also 405 ist gar nichts in dem bereich ist weiter runter der geht schon zu weit nein also war nichts relevantes schuldigung ein bisschen hin und her geschaut war ein bisschen blöd also war nichts relevantes auf jeden fall können wir jetzt mal wieder ein bisschen näher rangehen gleich dass wir uns das ganze mal ein bisschen genauer ansehen und wir sehen ach jetzt sind wir schon raus jetzt sind wir mit take profit schon raus ich wollte noch weiter erklären das ging jetzt ein bisschen schnell egal wir suchen wieder raus wir schauen uns das ganze mal an ihr seht entry war nicht gut bin zwei drei tics so reingekommen in dem bereich unten wäre der deutlich bessere einstieg gewesen aber es ist egal setup ist gut markt hat gut das wiedergegeben was wir wollten hier oben ist ein realistisches target und ihr seht der markt tut sich direkt schwer natürlich kann er jetzt hier weiter laufen aber das weiß man nicht das heißt wir müssen ein realistisches target nehmen wo wir einen realistischen exit haben damit wir nicht zu lange im markt drin bleiben um uns einfach dumm fischen lassen das ist ganz wichtig im trading lasst euch eure gewinne nicht abnehmen dass er nicht umfischen wir können jetzt hier direkt eine aggressive reaktion nach unten sehen und könnten großteil unserer kinder verlieren tun wir jetzt gerade nicht wir sehen wir haben immer noch starkes front pushing was immer noch einen starken starken support bietet aber wir haben das hoch nicht gebrochen ihr seht dynamik ist auch raus jetzt das heißt potenziell sehr gefährlicher umkehrpunkt das heißt selbst wenn ich jetzt hier kein take profit hingelegt hätte würde ich jetzt mein stop loss viel näher ran ziehen oder würde auch rausgehen weil das hier ist jetzt gerade ein punkt gefährlich wir haben jetzt noch starken support aber die dynamik ist nur so semi da jetzt schauen wir uns mal an volume profile dazu komplett nichts ist klar wir sind am tageshoch wir sind außerhalb der value area volumen ist relativ dünn dann schauen wir uns das volumen pro kerze was haben wir denn hier 1000 kontrakte abwärtsbewegung das top 2000 kontrakte mit 370 delta gedreht dann direkt die reaktion wir verlieren 1000 volumen aber haben den extrem starken delta shift super gut dann hier volumen geht weiter raus delta geht weiter raus in der kerze volumen geht weiter raus delta steigt stark das wäre natürlich mit schlusskurs reinzugehen wäre ein bisschen zu wäre ein bisschen spät gut wenn er fast genauso reinkommen weil die kerze nicht weiter angelaufen ist aber hätten wir durchaus früher beim volumen change reingehen können der markt steigt schön an findet hier schön support findet hier noch mal aggressive käufer die nachkommen gegen wer am top war relativ gering markt läuft schön an ganz klassischer trade hier haben jetzt ein starkes support level was der markt gerade dynamisch gebildet hat das heißt das ist ein realtime support und resistance bereich bezüglich der durch front pushing entstanden ist was ich hier unten schon angedeutet habe was sich wohl ereignet und was ist wir haben das hoch sogar rausgenommen aber wir sehen es wird sofort aggressiv zurück verkauft wir sehen es wird aggressiv zurück verkauft und wir haben kaum das bid gehittet das heißt gewinn mitnahmen waren das in dem bereich eher nicht gewinn mitnahmen waren in dem bereich hier wo ich auch raus bin hier kam kaum gewinn mitnahmen hier sind vielleicht ein paar stops jetzt geflogen pushen den markt erstmal wieder direkt zurück das heißt es ist ganz wichtig dass ihr genau wisst und überlegt wo pack ich mein stopp hin wo ist mein stopp sinnvoll ihr seht ein großteil der leute ist hier rausgegangen hat die gewinn mitnahmen gemacht wir spiken nach oben es fliegen ein paar stops und der markt ballert wieder runter das heißt ihr müsst verstehen wie der markt tickt wie die anderen markt teilnehmer ticken und was ein sinnvoller stopp ist und was kein sinnvoller stopp ist ihr seht werden das hoch rausgenommen kommen sofort zurück haben jetzt extremes abwärts momentum wir sind von 1300 kontakte positiv mit 500 delta auf 1000 runter und haben extremen delta change im markt dreht sofort sein momentum das heißt ihr müsst verstehen wie der markt tickt wie ihr das ganze handeln könnt wo es sinnvoll ist ein stopp hinzupacken wo es sinnvoll ist ein take profit hinzupacken dass sie nicht unnötig eure gewinne wieder abgeht dass ihr ziele habt wo man auch aus dem markt rauskommt ziele die erreicht werden können und ihr müsst vernünftiges stopp management haben dass sie aggressiv euren stopp nachzieht aber nicht dumm nachziehen dass man von so einer bewegung auch die größtmögliche bewegung mitnimmt dass der markt hier drüber jetzt weitergeht ist möglich kann man aber nicht vorhersehen das heißt der exit in dem bereich hier ist smart und es geht um den durchschnittlichen trade und das war ein extrem guter durchschnittlicher trade es ist egal ob ihr einen großen trade macht wo er 5000 10.000 euro mitnimmt das war jetzt 1000 euro trade ich mache lieber fünf stück davon am tag als einen großen trade und habe fünf verlust trades weil was macht ihr wenn ihr wenn ihr mal einen richtig schlechten tag habt wo er kein glück straight habt der eine riesen bewegung mit läuft aber ihr habt fünf sechs sieben verlust trades wo ja noch hart ausgestoppt werde ist für euer konto für money management für alles nicht gut verursacht extrem viel stress wenn ihr euer leben lang so tradet auch nur ein paar jahre ihr seid komplett durch und könnt ihr könnt gar nichts mehr ihr seid komplett am ende wenn ihr so tradet wenn ihr solche konto bewegung immer habt dass ihr riesige drawdowns und alles habt das ist nicht realisierbar für den alltagshandel wenn ihr jeden tag traden wollt ihr wollt konstant gewinne aus dem markt rausnehmen ist es wichtig kleine konstante bewegungen mitzunehmen den hohen erwartungswert haben dass eure targets erreicht werden das ist ganz wichtig dass das target erreicht wird der erwartungswert war jenseits der 90 prozent dass der stop erreicht wird war unter fünf prozent die wahrscheinlichkeit das ist ganz wichtig aber wenn ich hier oben ein tech profit hin packe weil ich es hier reingehe weil ich dem markt stark hinterher laufe oder ich gehe vielleicht hier bei dem bruch ein ja was ist denn erwartungswert dass wir zum beispiel dahin laufen oder was ist der erwartungswert dass wir hier hin oder hier hin laufen natürlich ist das viel wahrscheinlicher als das und das ist alles worauf zum trading ankommt wahrscheinlichkeiten wenn ihr trades macht die auf papier schön aussehen aber die wahrscheinlichkeiten absolute katastrophe sind dass ihr diese trades jemals erfüllt die bedingungen also dass die trades aufgehen dann könnt ihr nicht nachhaltig traden also ganz ganz wichtig wenn ihr trades macht überlegt euch immer was denken ja dann markternehmer was ist ein sinnvoller entry was ist ein sinnvoller exit wo werden auch andere leute rausgehen wo werden er stops liegen ansonsten macht ihr immer schlechte trades oder wie hier gibt ein großteil eurer gewinne ab ihr seht wir sind ja hier rein wir waren wir werden ja fast auf plus minus null wieder und sind jetzt erst mal wieder bei dem bereich wo wir hier rein sind heraus wir sind wir werden jetzt erst wir werden jetzt wieder bei plus minus null zu dem exit wo wir vorher waren sind aber ein zwei drei vier fünf kerzen länger im markt drin und waren einmal auf plus minus null zurück wollt ihr das ich nicht das ist kein gutes trading natürlich kann jetzt raketenmäßig noch weiter laufen aber das weiß man nicht das ist glück das kann man nicht vorhersehen aber wenn ich hier reingehe weiß ich dass die wahrscheinlichkeit dass wir hierhin laufen extrem hoch sind und dass wir hierhin laufen relativ gering ist und das ist der bessere trade wenn wir hier eine korrektur machen kann ich nicht sagen ob wir nach der korrektur weiter hoch laufen oder so wie jetzt das hoch ablehnen und es geht weiter runter und wir werden jetzt schon gleich wieder bei plus minus null und sind ewig lange im markt drin es gibt immer mehr externe faktoren die uns die den trade beeinflussen können irgendwelche news die rauskommen irgendwelche big player die der meinung sind ich drehe jetzt den markt oder ich will mich hier stark einkaufen ist ganz normal im trading deswegen ganz wichtig überlegt euch wo geht ihr rein wo ist ein sinnvoller stopp was werden wohl die anderen marktteilnehmer machen und wenn ihr nicht wisst wie das ganze geht schaut euch die vergangenheit an und versucht daraus zu antizipieren und zu lernen wie tickt der markt wie ticken die leute die diesen markt traden das ist was ganz ganz wichtiges deswegen ist auch besser ihr tradet weniger märkte oder nur ein markt den dafür aber richtig und versteht den richtig als ihr tradet 1000 märkte gerade als anfänger das war's ich hoffe ihr könnt ganz viel aus diesem video lernen wenn ihr mehr solche videos haben wollt smash den like button bei 100 likes gibt es das nächste video zu dem thema mit noch mehr einstiegen mit noch mehr trade erklärungen und ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes wochenende am sonntag auf patreon denkt dran webinar zum eurex trading der zweite teil da geht es dies jetzt mal um konkrete strategien und setups wie wir die eurex märkte mit footprint und orderbuch handeln werden und natürlich auch den es also fokus liegt auf dem orderbuch mit konkreten setups wie wir eurex und also eurex märkte in besonders der bund future oder auch den es handeln können ich wünsche euch ein schönes wochenende wenn ihr fragen habt schreibt mir gerne auf discord und macht's gut leute ciao ciao so